Heute sprechen wir über die besten Campingtische. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir die besten Campingtische. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Dieser robuste Campingtisch ist eine ausgezeichnete Wahl für jede Familie, die häufig Gartenrills veranstaltet. Einzigartig bei diesem Typ ist auch, dass die Füße in vier Positionenhöhen verstellbar sind. 73, 80, 87 und 94 cm. Dadurch können sie die Höhe des Campingtisches von Husehold International nach ihren Wünschen ändern. Die Tischgröße beträgt 100 bis 60 cm. Dadurch können vier Familienmitglieder bequem am Tisch Platz nehmen. Die Aluminiumstruktur des klappbaren Campingtisches ist hochfest. Nummer 4. Der stabile Campingtisch von Maxstura hat eine quadratische Form. Diese Variante mit den Massen 70-70 cm eignet sich hervorragend für vier Personen. Die Höhe dieses klappbaren Campingtisches beträgt ebenfalls 70 cm. Dies ist die ideale Höhe für dieses Möbelstück. Das Gestell und die Tischplatte bestehen aus starkem und leichtem Metall. Dieser Rolltisch ist aufgrund der Verwendung dieses Materials leicht. Es wiegt nur 2,4 kg. Auch dieser Klapptisch soll durch sein x-förmiges Tischgestell stabil sein. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Auch ein leichter, stabiler und schöner Campingtisch-Typ gibt es in unserem Test. Der Klapptisch Campaktive wiegt nur 2,8 kg und ist damit tragbar. Die Masse dieses Typs betragen 75 x 55 cm, so dass vier Personen mühelos und bequem am Campingtisch Platz nehmen können. Dieser Campingtisch hat eine maximale Belastbarkeit von 20 kg, so dass Sie verschiedene Gerichte und Getränke darauf abstellen können. Der Campingtisch Campaktive ist aus Aluminium gefertigt und verfügt über einen speziellen zuverlässigen Mechanismus, der ihn jederzeit stabil hält. Nummer 2. Wenn Sie einen robusten und faltbaren Campingtisch suchen, sollten Sie dieses Modell von 10T Outdoor Equipment in Betracht ziehen. Dieser Campingtisch ist vielseitig einsetzbar, da er sowohl für Picknicks als auch für Präsentationen verwendet werden kann. Dieser Campingtisch hat eine maximale Belastbarkeit von 40 kg. So können Sie schnell Werkzeuge, Ausrüstung und andere Gegenstände auf diesem klappbaren Campingtisch verstauen. Dieser Campingtisch ist ebenfalls aus Metall, was erwähnt werden sollte. Und die Nummer 1 unserer Liste. Die Firma Ucrib hat einen hervorragenden und funktionellen Campingtisch geschaffen, der bei jedem Picknick ein Muss ist. Die Oberfläche dieses Tisches besteht aus robustem Metall, wodurch er Gewichte von bis zu 30 kg tragen kann. So können Sie verschiedene Gegenstände und Getränke einfach auf den Tisch stellen. Es sollte auch beachtet werden, dass die Tische eine einzigartige Beschichtung haben, die kratz- und abriebfest ist. Dadurch behält der Campingtisch über einen längeren Zeitraum sein frisches Aussehen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.